Safran lindert nicht nur Depressionen, sondern hebt auch das Wohlbefinden von Menschen, die nicht depressiv sind. Was können wir aktiv tun, um ein zufriedeneres Leben zu führen? Diese Frage hat sich der Wissenschaftsjournalist Bas Kahrs gestellt und das aus gutem Grund. Sein Leben hat sich nämlich 2018 grundlegend gewandelt. Damals ist sein Buch Der Ernährungskompass rausgekommen, über eine Million Mal verkauft worden, in über 20 Sprachen übersetzt und Bas Kahrs war mit einem Schlag reich und berühmt. Ich habe ihn damals schon mal interviewt und gedacht, so muss ich Glück anfühlen. Oder etwa nicht? Wenn es so gerade in diesen ersten Wochen, Monaten des Erfolgs war, da war ich glücklich. Da war ich nicht nur glücklich, ich war wirklich auf Wolke 7. Ich war teilweise euphorisch und dann war es halt so, nach ein paar Monaten war es ein bisschen so, als wollte mein Geist und mein Körper mich da wieder runterholen. Und was ja auch okay ist, wieder von dieser Wolke runterholen. Nur was das Merkwürdige war und auch das Bittere und auch Unangenehme ist, dass es da noch weiter runter ging. Und ich anfing mich, ja, traurig zu fühlen, energielos, irgendwie so erschöpft und lustlos und das über wirklich so Tage und Wochen hinweg. Und ich kann mir vorstellen, man macht sich ja selber dann auch noch Vorwürfe, weil man denkt, eigentlich müsste ich doch total zufrieden sein mit dem, was ich jetzt erreicht habe. Endlich bin ich am Ziel meiner Träume angelangt und durch diese Vorwürfe, die man sich macht, wird es wahrscheinlich noch schlimmer, oder? Ja, und es war ja nicht nur der berufliche Erfolg. Ich bin glücklich verheiratet, ich habe eine tolle Beziehung, ich habe drei kleine Kinder, die ich liebe und ich hatte eigentlich einen super Alltag. Und dann sitzt du da und fragst dich, warum kannst du das nicht alles genießen? Warum bist du so undankbar? Und dann kommen diese Schuldgefühle hinzu. Ja, und das war echt eine unangenehme Situation, bis ich dann irgendwann wirklich genug davon hatte und dachte, so geht es nicht weiter. Sie haben sich dann die Frage gestellt, gibt es sowas wie emotionales, dauerhaftes Wohlbefinden überhaupt? Und haben dann was gemacht, was Sie auch schon für den Ernährungskompass gemacht haben. Sie haben sich diverse Studien angeschaut, die durchgeführt wurden. Was macht unsere Psyche stabil? Was macht uns zufrieden? Was macht uns glücklich? Schon mal vorab, gibt es sowas wie dauerhafte Zufriedenheit? Ja gut, Glück ist sicherlich etwas Flüchtiges. Nur so eine Art von innere Balance und halbwegs eine zufriedene Haltung im Leben, ja, die denke ich, kann es mehr oder weniger dauerhaft geben, dass es dann sicher Momente gibt im Alltag, wo man nicht so gut drauf ist. Ja, das ist klar. Aber dass so grundsätzlich die innere Balance stimmt, das denke ich, ja, das kann es geben. Und man kann auch sehr viel selber dafür tun, dass man diese Balance hinbekommt. Baskarst hat auf der Suche nach seiner inneren Balance das gemacht, was er auch schon beim Ernährungskompass gemacht hat. Er hat sich alle möglichen Studien zu dem Thema angeschaut, hat geprüft, welche sind stichhaltig und hat vieles selbst ausprobiert. Interessant ist, dass man heute weiß, dass wenn wir unglücklich sind über längere Zeit oder sogar depressiv, dass bestimmte Bereiche im Gehirn schreien, zum Beispiel der Hippocampus, also die Schaltstelle zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis. Das Tolle ist aber, wir können einiges dafür tun, dass dieser Bereich wieder wächst. Ja, das ist ein papierendes Ergebnis der Hirnforschung. Man sieht eben, dass Leute, die sehr viel Junkfood essen, Fastfood, Hamburger, Softdrinks wie Cola etc., tendenziell auch einen geschrumpften Hippocampus haben. Also genau diese Hirnregion, die geschrumpft ist, also verkleinert ist bei depressiven Patienten, ist bei ihnen auch geschrumpft. Und umgekehrt weiß man, dass Menschen, die eher so sich an der Mittelmeerkost orientieren, mit viel Gemüse und Obst und Nüssen und Olivenöl und ab und zu Fisch, dass deren Hippocampus relativ vergrößert ist gegenüber Menschen, die sich anders ernähren. Ganz ungut, sowohl für unseren Körper als auch für unsere psychische Gesundheit, sind Entzündungen im Körper. Wie bilden die sich? Ja, und die Entzündungen hängen teilweise auch mit unserer Ernährung oder falschen Ernährung zusammen. Also wir wissen, dass bestimmte Ernährungsmittel Entzündungen antreiben, chronische Entzündungsprozesse, also insbesondere gesättigte Fettsäuren, wie sie in Fleisch und in Milch und insbesondere tierischen Produkten vorkommen, während eher so ungesättigte Fettsäuren wie Omega-3-Fettsäuren, wie sie in Lachs, Hering und anderen Lebensmitteln vorkommen, eher anti-entzündlich sind. Oder zum Beispiel auch das Kurkuma oder Kurkumin oder Ingwer oder andere Pflanzenstoffe, sehr viele Pflanzenstoffe im Grunde, wirken anti-entzündlich. Und diese Entzündungsprozesse richten, wenn sie chronisch sind, enormen Schaden in unserem Körper an. Sie beschleunigen vermutlich sogar den Alterungsprozess aus Seuches. Also sie sind Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu Krebs. Und sie scheinen eben auch Einfluss auf unsere Stimmung zu nehmen, denn die Entzündungsprozesse können bis ins Gehirn gelangen und dort eben Unheil anrichten und zum Teil zum Beispiel auch diesen bereits erwähnten Hippocampus antasten und die Struktur antasten und dafür sorgen, dass nicht mehr so viele neue Nervenzellen zum Beispiel in dieser Hirnregion neu gebildet werden. Wenn wir versuchen, diese Nervenzellen zum Wachsen zu animieren, funktioniert das mit Ernährung oder nimmt man da am besten noch ein paar Zusatzstoffe in Kapselform zu sich, damit man sicher sein kann, dass man genügend positive Stoffe zu sich nimmt? Ja, das hängt ein bisschen davon ab. Also je nachdem, wie viel man mit Kurkumin oder zum Beispiel Safran, ist auch so ein Stoff oder Omega-3-Fettsäuren und anderen Nährstoffen, wie viel man damit kocht oder wie viel man die isst. Wenn man jetzt zum Beispiel gar nicht mit Kurkumin kocht, weil man die Gerichte nicht mag. In Curry ist das drin, zum Beispiel. Ja, in Curry. Und Curry enthält, glaube ich, so zur Hälfte Kurkumin. Wenn man das gar nicht mag. Also meine Frau mag zum Beispiel keine Curry-Gerichte. Und deshalb kochen wir nicht so viel mit Kurkumin. Und ich nehme also wirklich manchmal Kurkumin-Kapseln oder Safran. Safran muss man auch mögen. Und wenn man das nicht mag, und so werden ja auch diese Experimente gemacht natürlich. Also in den Experimenten, dann nimmt man eine Gruppe von Menschen. Eine Gruppe bekommt eine Placebo-Pille, wo nichts drin ist oder wo irgendetwas Wirkungsloses drin ist. Die anderen bekommen 30 Milligramm Safran täglich für ein paar Wochen. Und da sieht man zum Beispiel auch, Safran lindert nicht nur Depressionen, sondern hebt auch das Wohlbefinden von Menschen, die nicht depressiv sind. Und also man kann damit kochen oder man kann die Kapseln nehmen. Bei Omega-3-Fettsäuren genauso. Wenn man kein Fisch essen mag oder wenn man sonst keine Omega-3-Quellen zu sich nimmt, in Form von Leinsamen, Walnüssen etc., dann kann man das eben als Kapsel auch nehmen. Zum Beispiel in Form von Algenöl oder so. Genau, wollte ich gerade sagen. Oder einfach ein gutes Öl über einen Salat geben. Ja gut, nee, also Omega-3, das gibt es nicht so als Öl. Leinöl zum Beispiel. Ja, man kann Leinöl nehmen, ja. Aber ich meine, ich finde Leinöl, das ist vielleicht persönlich, ja, aber ich finde Leinöl hat schon einen sehr strengen Eigengeschmack. Aber gut, viele Leute mögen es. Also dann doch besser die Fischöl- oder Algenölkapsel. Nein, also um Gottes Willen, wer Leinöl mag, also kann das zu sich nehmen. Es gibt einen kleinen Unterschied zu den Fischölen. Die sind etwas länger kettig und die sind besonders günstig. Insofern würde ich immer langkettige Omega-3-Fettsäuren empfehlen. Also besonders in Form von eben Lachs, Hering, Makrele etc. Okay, also Safran war das, Kurkuma und dann entsprechendes Fischöl beziehungsweise Algenöl. Das sind Dinge, auf die man achten sollte. Ja, oder damit kochen halt, ne? Klar. Genau. Lassen Sie uns zum Thema Sport kommen. Dass Sport nicht nur für den Körper, sondern auch für die Seele gut ist. Ich glaube, das ist den meisten von uns klar. Ja, es gibt ja dieses Runner's High, wenn man eben entsprechend joggt, dass man sich danach super fühlt irgendwann. Was verändert denn Sport in unserem Hirn, dass wir uns dadurch besser fühlen? Lässt es auch den Hippocampus wachsen? Ja, es klingt jetzt wahrscheinlich komisch, aber es ist genau, das ist der Fall. Also erstens einmal aktiviert es den Hippocampus, aktiviert vermutlich auch den Präfrontalkortex. Das heißt, man aktiviert, wenn man anfängt sich zu bewegen, just jene beiden Gehirnareale, die bei Depressionen entweder geschrumpft oder unteraktiviert sind. Also das dürfte schon mal für so einen Wohlfühleffekt sorgen. Was ist, wenn man mit ganz einfachen Spaziergängen durch die Natur anfängt? Weil 43 Prozent der Deutschen machen, glaube ich, gar keinen Sport. Diese Gruppe gewinnt am meisten, wenn man anfängt, wenn man von nichts auf etwas geht, gewinnt man am meisten sowohl aus dem Körper als auch was den Geist betrifft. Und es gibt ein Experiment, wo man, in diesem Fall waren das etwas ältere Leute, so ab 60 bis 90 ungefähr, wo man eben eine Gruppe, die hat nichts getan, die andere Gruppe, die ging dreimal die Woche, ich glaube eine Dreiviertelstunde spazieren. Und das hat gezeigt, nach einigen Monaten, dass bei denen, normalerweise schrumpft der Hippocampus auch im Alter, unser Gehirn schrumpft, das ist ein Alterungsprozess. Und bei dieser Gruppe, die einfach nur spazieren ging, dreimal die Woche, eine Dreiviertelstunde, war der Hippocampus, sah nicht nur hinterher nicht kleiner aus, also war nicht nur nicht geschrumpft, sondern hatte im Volumen sogar etwas zugenommen. Und da sieht man schon, abgesehen von dem stimmungserhellenden Effekt, sieht man auch hier wieder diesen total günstigen Effekt auf das Gehirn. Wobei hier ja wahrscheinlich auch tatsächlich nicht nur die Bewegung das ausmacht, sondern eben dieses Naturerlebnis dazukommt, wenn man eben einfach zum Beispiel durch den Wald läuft. Natur ist auch ganz, ganz wesentlich für das psychische Wohlbefinden von uns. Weiß man warum? Ja, richtig. Also man hat auch das häufig untersucht. Also man sieht zum Beispiel, dass jetzt gibt es noch ein anderes Gehirnareal, das ich einführen muss. Das ist der Mandelkern oder Amygdala, ein Angstzentrum in unserem Kopf, das hochgefahren ist, zum Beispiel auch bei Depressionen, aber auch bei Angstzuständen. Also hier haben wir nicht dieses Runtergefahrene und dieses Verkleinerte, sondern eher eine Hyperaktivität oder sogar teils sogar eine strukturelle Vergrößerung. Man sieht doch bei einem Spaziergang, durch die Natur wird die Aktivität im Mandelkern gedämpft, während sich bei einem gleich langen Spaziergang durch die Stadt nichts tut. Und so hat man schon den ersten Hinweis darauf, dass so negative Gefühle irgendwie auch in der Natur runtergefahren werden. Übrigens weiß man mittlerweile auch, dass wenn man stundenlang konzentrierte Arbeit macht, der Präfrontalkortex, der auch so wichtig ist bei Depressionen und bei Stimmungstiefs, dass der nach und nach vergiftet wird regelrecht und regeneriert dann wieder in der Natur zum Beispiel oder im Schlaf. Das geht ja sogar so weit, dass es Untersuchungen gibt, dass Menschen, die im Krankenhaus liegen und nach draußen ins Grüne gucken durchs Fenster, schneller genesen als Menschen, die gegen eine Betonwand gucken. Ja, das war, das war, auch das ist klar untersucht und das war eine Science-Studie, also in dem renommiertesten Wissenschaftsmagazin überhaupt. In den 80er Jahren hat ein Forscher das publiziert und das war überhaupt so der Anfang, dass die Forschung anfing, diese Thematik ernst zu nehmen. Er hat eben gesehen, in den Leuten waren die Gallenblase entfernt worden und auch da nach dem Zufallsprinzip wurden manche in den Raum ohne Ausblick zugewiesen und die anderen bekamen einen Raum zufällig mit Blick auf ein paar Bäumen. Das war gar nicht so großartig. Und siehe da, die Leute, die Patienten, die also einen Blick auf Bäume hatten in ihrem Zimmer, heilten schneller, die durften schneller wieder nach Hause gehen. Sie brauchten weniger starke und weniger Schmerzmittel und laut Krankenschwestern waren sie auch besser drauf. Wenn wir einen schnellen Kick für unsere Psyche brauchen, damit wir uns besser fühlen, dann gibt es ein paar ganz einfache Methoden, um den zu kriegen, wo man natürlich sagen muss, es sind Dinge, die helfen bei ernsthaften Depressionen natürlich nur bedingt oder in Kombination mit Medikamenten. Aber bei alltäglichen Stimmungstiefs können die schon eine ganze Menge bewirken. Ich spreche jetzt von Fasten, von Saunagängen, von kalter Dusche, also alles Dinge, die eigentlich unseren Körper herausfordern und eher stressen. Also zumindest die kalte Dusche finde ich jetzt nicht besonders angenehm. Fasten auch nicht nebenbei bemerkt. Was bewirken diese Dinge? Ich glaube generell, und das haben wir eben schon mit der Natur ein bisschen angesprochen, stehen wir modernen Stadtneurotiker eigentlich so unter dauerndem Psychostress. Wir haben diese Reizüberflutung, unser Kopf ist dauernd beschäftigt, wir sind dauernd in unserem Kopf und der Körper dagegen wird nie mehr gestresst. Und das ist gerade so mit Blick auf die Entwicklungsgeschichte, auf unsere Evolutionsgeschichte, auf die Millionen von Jahren, die uns geprägt haben, während wir entstanden, während unser Körper und unser Geist entstanden, einfach zutiefst unnormal. Also es war einfach normal, dass man ab und zu mal Hunger hatte, dass man für, um was zu essen zu bekommen, dass man jagen gehen musste oder sammeln gehen musste. Es war normal, dass man ab und zu Hitze, gerade in Afrika, in der afrikanischen Savanne, Hitze ausgesetzt war oder mal Kälte und irgendwelche körperlichen Widrigkeiten. Und dass man das heute eben nicht mehr tut, glaube ich, ist ein wesentlicher Faktor, der uns aufs Gemüt schlägt, ohne dass wir das wirklich merken, weil wir ja besonders produktiv sein können, wenn wir uns den ganzen Tag nicht bewegen und am Computer sitzen. Und da denke ich, sollte man ab und zu das Prinzip mal umkehren und den Kopf freimachen, den Kopf entlasten und dafür den Körper stressen. Und das kann man, indem man ein paar Stunden fastet, aber man kann zum Beispiel auch eine kalte Dusche nehmen. Und bei der kalten Dusche oder bei einem Eisbad finde ich einen Aspekt noch besonders interessant. Ich habe das natürlich jetzt auch öfters ausprobiert. Man sollte übrigens mit kalten Duschen anfangen, nicht sofort Eisbad. Aber wenn man in so ein Eisbad steigt und vor allem wenn das dann so, nicht nur die Beine, sondern wenn man mit der Brust ins Wasser kommt, da fängt man irgendwann automatisch mit so einer Schnappatmung an. Es ist, als würde man eine Panikattacke bekommen. Und dann aber geschieht so ein kleines Wunder, nämlich man bekommt diese Panikattacke allmählich in den Griff. Die Atmung wird ruhiger und man regt sich nicht mehr so auf. Und ich denke, dass es sehr hilfreich sein kann, wenn man wieder im Alltag ist und dann mal, wenn das Leben einen mal wieder so hinterrücksstresst und man panisch wird oder sich gestresst fühlt, dass man dieses Gefühl kennt und dass man weiß, hey, das kenne ich schon, das habe ich schon in den Griff bekommen. Und dass man das eben so gezielt üben kann mit dem Eisbad oder umgekehrt teilweise auch mit einem Saunagang. Ja, aber Saunagang ist ja angenehm eigentlich. Angenehm, ja, also die meisten finden es angenehmer, aber so nach 20 Minuten wird auch ein Saunagang von 80 bis 90 Grad, ich mache das selbst auch öfters, auch irgendwie unangenehm. Die Körpertemperatur steigt, das ist fast, als würde man ein bisschen Fieber bekommen. Herzschlag steigt, Blutdruck steigt, das ist alles ein Stress für den Körper. Aber auch da übt man diese Stressreaktion wieder und ja, man härtet dabei in gewisser Weise ab. Und da gibt es auch Studien, die das beweisen, dass Leute, die sowas öfters machen, öfters in die Sauna gehen oder öfters kalt duschen, ja, besser gelaunt sind? Ja, insbesondere bei der Sauna gibt es sehr viele Studien, weil sehr viele Leute das machen, insbesondere in Finnland. Da gibt es riesige Studien, die zum Beispiel zeigen, dass häufiger Saunagänge, also wir sprechen jetzt wirklich über vier, fünf Mal die Woche versus nur einmal die Woche, zum Beispiel das Alzheimer-Risiko drastisch senkt, um 60, 65 Prozent ungefähr. Und man weiß aus Experimenten wiederum mit depressiven Patienten, wenn man sie in eine Art Sauna, das wäre jetzt ein Ganzkörper, das sind so Hitzegeräte. Und da kann man sehen, dass das sogar bei handfesten Depressionen eine starke Wirkung entfaltet, die wirklich von der Effektstärke her ähnlich ist wie ein Medikament. Also ich habe für mich mitgenommen, täglich einen Teelöffel Algenöl dazu mit Kurkuma oder Safran kochen oder die Kapseln einnehmen. Mal ab und zu eine kalte Dusche. All das ist gut für die innere Balance. Mein persönliches Rezept für meine innere Balance ist, dass ich täglich mit unserem Hund rausgehe. Der zwingt mich nämlich dazu, in den Wald, in die Natur zu gehen. Und ich merke, das tut mir gut. Was tut euch gut? Schreibt es gerne in den Kommentaren, teilt es mit uns. Wir sind gespannt. Und wenn ihr keine unserer Sendungen verpassen wollt, abonniert am besten unseren Kanal. Wir haben nämlich noch andere tolle Gäste, zum Beispiel Dr. Matthias Riedel, den Ernährungs-Doc. Wenn ihr euch mit dem Thema Ernährung intensiver beschäftigen wollt, empfehle ich euch dieses Video. Und wenn ihr euch mit dem Thema Ernährungs-Doc. 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 Vielen Dank.